Ah, ich brenne! Ich brenne! Ja, ich baue aber so eins wie das andere da. Ich will einmal hier mal rum. Muss mal gucken, vielleicht ist hier eine versteckte Kiste oder so. Ketten oder noch? Oh, get some sleep, I'll take us to Greno. Kommen wir jetzt schon zu Greno? Ja, ich glaube wir sollen schlafen gehen. Also hier kann man auch schön Titanic nachspielen. Ich bin der König der Welt! Ha, ich sehe dein Name, Schild. Da bist du! Ich komme jetzt sofort, ich wollte nur mal eben kurz sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. Boah, die hat andere Schiffe ist ja geil! Boah, ehlisch! Ja, der ist bombig gemacht. Oh, wir müssen gleich Screenshots machen. Wir müssen später nochmal auf ihn zurückkommen. So, was du läst? Warte mal. Also wir sollen schlafen gehen. Ein paar Zimmers, guck mal in unsere Kajüten. Ein verrottetes Fleisch, vier Knochen. Sollen wir lieber auf Greno warten? Vielleicht kriegen wir da bessere Sachen für unser... Ja, würde ich sagen, wa? Ja, würde ich sagen, wa? Ah, nicht, dass wir da dann hinterher gar nichts mehr kriegen. Ah, ich brenne! Ich brenne! Die Kisten sind wieder voll gemacht worden mit Nahrungsmitteln. Ja, das ist nice. Sehr nice, ich bin schon wieder unten. Und auch mit Zaubertrankflässchen. Also, Heilungstränke. Und hier. Da war wohl ne gute Fee am Werk. Wahrscheinlich schon dringend. Also, hammer nice. Ich bin dabei, ja. Komm, nimm so. Dann hab ich den aus dem Inventar raus. Oh, guck mal hier. Quatsch. Hier, siehst du. Die meisten Kisten sind alle wieder voll. Was soll man mit Kartoffeln? Vielleicht ne kleine Farm anbauen? Mitten im Game? Ja, anstatt mitten im Leben, mitten im Game. Ähm. Mitten im Game. Neuerfolgstoku. Silly. Hast du gedrückt? Ja. Ich spawn unterm Schiff. Du stehst doch hier. Ich spawn aber unterm Schiff. Ich würde aber gerne jetzt mal. Jetzt bin ich da. Kann man die nicht aufmachen? Die kann man nicht aufmachen. Oh, noch hier. Ah doch, kannst du wohl. Ich bin ein bisschen gebuggied gerade. Zeitverzögert. You just woke up. Okay, wir sind jetzt aufgewacht. Vielleicht wieder da reingepackt? Ne. Ähm. Auf in den Kampf. Ich werd nie wieder auf dich hören. Wenn du sagst, wir spielen jetzt hier auf normal. Nö. Okay. Juhu. Welcome to Grainor. Oh oh, ich war ein Böses. Da stehen auch schon welche. Thank you, Steelo. I'll rest here while my friends. Go meet the town folks. Ja, wir sollen uns das Volk ansehen. Wir sollen das Volk treffen. Da sind bestimmt ganz viele nette Leute, die auf uns warten. Mhm. Glaub ich auch. Hier ist noch ein Steinschwert. Ey, ich hab ein Eisenschwert gekriegt. Ja, ich auch. Also ich werd jetzt, glaub ich, noch mal ein bisschen Essen holen, oder? Zu essen hab ich genug. Also ich hab zwei Steaks. Ich hab zwei Steaks und vier Hühnchen. Und zwei Fische. Okay, ich hab auch Fische. Halbbarkeit 10. Wie geil. Okay, wenn man sieht, hier sind schon die ersten Wachen mit Eisenrüstung. Hast du die Kissen hier aufgemacht? Upsa lalalala. Wo du? Was meinst du, wo ich bin? Was glaubst du denn, wo ich bin? Ja, ich kann dir nicht sagen. Ich bin runtergefallen. Und ich komm hier nicht mehr runter. Was rein? Also Fische haben wir jetzt auch wieder mehrere. Okay, ähm, ich schwemm nochmal um das. Ich hab zwölf Fische jetzt. Wie spannend. Ähm, ich hab den falschen Namen ausgesucht. Ich sollte mir den Namen irgendwann mit Fail oder so ausdenken. Ja, das kann passen. Dankeschön. Leyla. Leyla Ni Fail. Fail Leyla Ni. Fail Leyla. Gefällt dir Leyla Ni. Gefällt dir Leyla Ni. Gefällt dir Leyla Ni. Yo. Ach, guck mal, ey. Ey. Und dann ist die auch noch zu blöd, um zu sehen, wenn man hier hoch kann. Und schwimm aber einmal ums ganze Schiff rum. Okay, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja. Nix passiert. Ich glaub, das schneid ich raus. So. Ähm. Ich geh mal kurz hier rein. Guck mal. Den kann man, glaub ich, so. Hallo. Ja, da war ich schon drin, ne? Wer hat die schöne Rüstung? Gib mal was ab hier. Guck mal was von deiner Rüstung. Oh, der hat gut gedroppt. Moment. Äh. Wow. Da ist noch einer. Glaub ich. Ich werd hier beschossen. Einen. Es sind zwei. Sieh erstmal die Rüstung an jetzt. Passt. Schön Eisener. Alles klar. Wo bist du denn? Da. Kommst du klar? Opsala. Bei mir Black geht im Moment richtig gut. Okay. Komm, drop mal was schönes. Oh, 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 ich muss gehen, ich muss gehen. Au! Wie gut, dass man seine Sachen immer behält, ne? Legt's immer noch? Ja, nice. Windforce-Bogen. Der hat einen Windforce-Bogen. Okay, ich werd jetzt auch mal den Bogen nutzen. Ist voller Pfeile. Ja. Ja. Ja, zack, weg. Ich war's. Okay, mehr Skelette sind hier nicht, oder? Nein. Ich hab Angst. Komm, drauf jetzt da, oder? Drauf, drauf, drauf. Hallo. Jetzt müsste ich den auch nur noch treffen. Sekunde. Ey, jetzt mach nicht, ich bin hier alleine reingerannt. Aaaaah. Ja, bei mir lagget. Bei mir, ich krieg das nicht so. Wenn du läuft. Okay. Das ist... Ich möchte gerne auf Easy spielen. Das ist... Ach, Quatsch. Jetzt haben wir auf Hard angefangen. Oh, fuck. Wir haben auf normal angefangen. Ja, Hard wäre, glaub ich, zu mies geworden. So, jetzt mal, würde ich sagen, töten wir jetzt erstmal die ganzen Mobs, die hier rumstehen. Und dann schauen wir uns mal in dem Haus hier um. Irgendwas schönes für uns ist, ne? So, kaputt. Wo bist du? Wo bist du denn? Ähm, ein Schiff. Komm mal kurz ins Haus hier rein. Oh, hallo! Mh, der gibt rohen Fisch. Lecker. Oh, sterb. Ja, lecker. Oh, ich hab Bier gefunden. Oh, ich hab... Dadurch wird hier sieben Sekunden übel. Also, du stehst bei mir direkt vorm Schiff ein... ...Ausgang? Nee, ich stehe über einen Dorfbewohner. Der gibt aber nur Rohr. Rohrenfisch. Ich bin hier. Ja, hier. Guck mal, hier kommt's noch weiter. Da ist der Nächste. Ah, nee, da ist der, der draußen steht. Hm. Ich glaub, ich lege ein bisschen hier rum. Wo stehe ich grad bei dir? Ja, du stehst grad bei mir in diesem Haus. Oh, da ist ne Kiste. Oh. Ach, gibt's hier gezogen? Wie geil. Ich hab auch noch ne alte... Oh, der war ja da drin. ...inventar, die ich übersehen habe. Aber die ist fast kaputt. Würde ich sagen, lauf mal weiter. Ich hab einen Brustpanzer. Ich hab nen Eisenbrustpanzer. Komm, ich hab nen Eisenbrustpanzer. Nee, den hab ich. Ja, okay, den nehm ich gerne. Okay. Hier. Der ist gar nicht kaputt, ne? Der ist nicht kaputt, ne? Ja, wenn du jetzt schon sagst, ne? Der ist nicht kaputt, ja. Dankeschön. Guck damit um. Konnte man hier rein? Nee, da war ich, glaub ich, geguckt. Ich hab da keinen Eingang gefunden gehabt. Weiter ins Getümmel, würde ich sagen. Butt. Und ichulle weiß nicht. tuttulut là tuttelut. Ich bin ein .. Also, eigentlich kann ich wirklich besser mit Bogen. Ich werd den jetzt auch nehmen. Weil ich hab ein Endlichkeit drauf und dann scheiß was auf die Pfeile. Okay, da sind wieder welche. Ja, login her. Ich weiß nur nicht ob die.... ...ob die so viel abkriegen, ne? Da ist noch so ein Bogenschütze. Oh, ich hab ein Zauberzerrüstung und Schuhe. Vielleicht sollte ich mit Bogen vorgehen. Okay, wow. Oh, herzlich willkommen im Paradies. Im Mob-Paradies. Komm, wir. Scheiße, jetzt kommen zwei. Nimm den ein. Entne, tüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttüttöttüttüttüttüttel da ist. Woh, wo'd du hin? Oh oh na, ist er wieder, hä? Na ja, na ja. Guck mal das Eis. Da ist mein XP. Du wirst mir immer vor der Nase. Das sieht hammernice hier aus. Ich muss dann trenne mich jetzt erstmal darauf, dass die Viecher hier platt gehen. Geil. Ist auch ne geile Idee mit den Lichtern, ne? Ja. Kaputt. So, ich glaube wir müssen da rüber, weil da was leuchtet und ne Leiter ist. Ja. Aber nur schätzungsweise. Oh, ein Bogenschütze. Ja. Ich geh weiter weg. Ja, dann nimm du den. Oh, das ist aber irgendein anderer Mob hier, oder? Ja, ich... Dahinten da steht ein Bogenschütze. Okay, ich treffe immer den anderen. Oh! Ah nein, Hilfe! Hilfe! Spiderwoman. Ja, mich auch. Ja, mich vergiftet. Boah, boah, das leckt. Das leckt, das leckt, das leckt. Hast du nen Heilungstrang? Ich muss die erstmal platt zu machen hier. Okay, kaputt. Noch eine. Noch zwei. Kaputt, kaputt, kaputt. Ja, ich hab nen Heilungstrang. Oh, den wollte ich eigentlich nicht mehr nehmen. Nicht noch nicht. Ich hab doch noch. Ich hab noch... Wereiwein. Vier weitere. Also, der Heilungstrang sollte uns jetzt erstmal nicht liegen. Vier weitere. Entschuldigung. Na ja, wer weiß. Wie wird hier noch wird. Ich kann mich da gar nicht richtig dran erinnern. Ich hab die... Die letzten Maps... Hab ich, äh, gestern Abend kurz vorm Schlafen gesehen. Scheiße. Jetzt kommen die auf. Nein. Schnell kaputt machen. Nein. Ja, und ich bin wieder am Schiff. Ich versuch mich hier zu schlagen. Äh. Ansonsten hau ich einfach ab. Also der erste ist da und der hat mich hier. Oh Gott. Das ist cool. Oh, unten hat nen Brustpaar. Ja, der zweite ist da. Ne, ist okay. Ich bin so schnell wie ich wieder da. Alle sind so trolle. Ähm. Ja, noch. Ich geh nicht weiter ohne dich. Noch. Ah ja, cool. Ich hab coole Schuhe gekriegt. Ich hab die auch nochmal, diese Boots. Äh. Don Pirestos Escape Boots. Schutz 1, Heilbarkeit 10 wieder. Guardian Set. Vom Guardian Set ist das... Soll ich denn entgegenkommen? Sammel dich meine Aeroplastychen. Wie geht's denn deiner Russi? Du hast keine Hose. Äh. Na gut. Und kein, kein, kein ähm. Ja. Warte mal. Soll ich dir nur Hose geben? Ja. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Lichte. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, wo sind diese Schläge? Ja, ich kann sie nämlich... Ah, okay. Jetzt hab ich die. Ich glaub... Wie, bei der... Nach der Explosion kam die irgendwie. Okay. Dann weiter. Bogen. Oh Mann. Hoffentlich... Ist ja gleich nicht platt der Bogen, ja? Und hoffentlich krieg ich schnell einen neuen. Ey, wir sind ein gutes Team. Also... Nach anfänglichen Schwierigkeiten finde ich jetzt diese ganze Etappe haben wir uns bis jetzt gut geschlagen. Ja, jetzt läuft's. Wo ist er? Da ist hier ein Bogenschütze. Ah, ich sehe ihn. Ah, der ist nicht beschossen. Ah, der ist nicht beschossen. Wow, ey, zwei Schüsse und die sind down. Diese Bogenschütze, ne? Ah, ist nur blöd. Sobald die wir näher kommen, dann hast du nicht so die Kontrolle, wo du hinschießt. Ich guck mal, ey. Oh, da unten ist auch noch Wasser. So. Okay. Irgendwie hab ich das verpeilt hier, als ich mir die Videos angeguckt hab. Ey, ich kann die da nicht... Ups. Tschüss. Mann abfuck. Ey, alle die da unten stehen, ne? Mann abfuck, hab ich gesagt. Stimmt, noch mal zu uns zurück. Ist der weg? Guck mal, da unten steht auch. Ah, der ist ein Bogenschütze. Ja. Ich hab nur leider keinen Optifine. Normalerweise sollte man Optifine hier direkt installieren, aber da ich sowieso schon so einen komischen PC hab, nicht so wie Marvin, jetzt so frisch neu, äh, Gamer-PC. Ja. Aber man kann hier auch schön runter. Ja, den Bogenschützen erstmal Platz zu machen. Aber hier ist auch nix weiteres, deswegen lohnt sich nicht. Nee. Kommen wir nicht da irgendwann mal, ähm, im Laufe der Zeit runter? Ach so, hier ist ne kleine Leiter gewesen, nur da war jetzt nix, würde ich sagen. Also da war wirklich jetzt nix, so wie ich geguckt habe. Ja. Guck mal, was hier alles schönes liegt. Ich will die ganzen Mobs zu sammeln sein. Ich bleib schön im Hintergrund hier. So machen wir das. Da, zack. Jo. Da kommt einer. Okay, mach. Zack, kaputt. Hm. Ob das vielleicht langweilig ist? Ja, Bogenschütze. Super. Ach er hier, okay. Da oben steht nämlich auch noch einer. Aber irgendwie sind die schnell down, finde ich, die Bogenschützen. Huh. Da kommt der Nächste. Hallo. Okay, da oben steht noch einer. Gib uns was von deiner Rüstung. Boah, der ist aber schon... Oh, da sind noch mehr. Okay, mein... Minecraft ist abgeschickt. Ja, die geben wir's. Ja, die ist weg.